Bhagavad Gita, Vers 4.40 Unwissende und ungläubige Menschen jedoch, die an den offenbarten Schriften zweifeln, werden niemals Gottes bewusst. Die zweifelnde Seele kann weder in dieser noch in der nächsten Welt glücklich werden. Erklärung Von vielen grundlegenden und autoritativen offenbarten Schriften ist die Bhagavad Gita die beste. Menschen, die fast Tieren gleichen, glauben nicht an die grundlegenden offenbarten Schriften oder kennen sie nicht. Und obwohl einige Menschen diese Schriften kennen und aus ihnen zitieren können, glauben sie in Wirklichkeit nicht an diese Worte. Und obwohl andere vielleicht an Schriften wie die Bhagavad Gita glauben, so glauben sie doch nicht an den persönlichen Gott, schrie Krishna, noch verehren sie ihn. Solche Menschen können im Krishna-Bewusstsein keine Beständigkeit entwickeln. Sie fallen wieder zurück. Von den oben erwähnten Menschen machen diejenigen, die kein Vertrauen haben und immer zweifeln, nicht den geringsten Fortschritt. Menschen ohne Glauben an Gott und seine offenbarten Worte können weder in dieser noch in der nächsten Welt glücklich werden. Sie können niemals glücklich werden. Man sollte daher den Prinzipien der offenbarten Schriften mit Vertrauen folgen und dadurch auf die Ebene des Wissens erhoben werden. Allein dieses Wissen wird einem helfen, auf die transzendentale Ebene spirituellen Verstehens zu gelangen. Mit anderen Worten, zweifelnde Menschen haben keinen Zugang zur spirituellen Befreiung. Man sollte daher dem Beispiel großer Acharyas folgen, die sich in der Nachfolge der geistigen Meister befinden. Denn nur so kann man das Ziel erreichen. Ich bin der Nachfolge der Geistigen Meister befinden.